Hallo meine lieben Leute, es ist für ein neues Video, also es war mein erstes bisschen zu sagen. Ja, heute nehme ich mal mit dem Fabian auf, kann ich mal Hallo sagen? Nein. Ja, das ist der Fabian. Und ja, heute nehmen wir uns dann Adidas-Pall auf, auf meinem Kanal, Minecraft Zocker AD. So, und jetzt sag ich mal was dazu. Ich mach's jetzt ein bisschen schnell. Also, Thomas wird meinen Facebook-Namen verlinken, da könnt ihr mir nicht dran anschreiben, ob ihr mit mir hier zocken wollt auf dem Server, ähm, oder mit Thomas halt. Und, ähm, Thomas wird auch noch meinen YouTube-Kanal verlinken. Und Thomas wird, ähm, ja, auf meinem Server, auf meinen Kanal, äh, nämlich gerade den Arta, hab ich schon drei Artanos-Parte, ähm, und, ähm, ich mach grad einen Part, also beim dritten Part mach ich halt so Themenvorschlagen und so lange Minecraft Zocken. Und, äh, ihr könnt mir einfach unter den Kommentaren schreiben, ähm, irgendwelche Themen vorschlagen und ich werde sie dann besprechen. Und, äh, wie heißt? Ja. WAH! Mein Gott, Alter! Scheiß, so ein bisschen. Nicht Beleidigungen sein! Und jetzt komm schnell zurück! Man, ich bin gar keine Quarz haben. Dann sagst du, komm zurück. Jetzt komm! Ich bin schade, nicht. WAH! Ich bin schade! Was? Guck dir da, Alter! Ah, jetzt komm! Geh, kommen wir nach dir da voll zurück zum... Guck dir meine Aufnahmen an! Guck dir einfach mal auf meine Aufnahmen und was passiert zum... Was ist denn passiert? Was willst du sehen, Alter? Wirst du jetzt wiederkommen? Ich bin doch am... Ich bin doch noch im Never. Ja, jetzt komm zurück, Mann! Ich will nämlich auch ins Never. Komm doch! Nein, komm erstmal raus! Loil, wo bin ich? Loil. Geh einfach rein! Geh einfach rein! Junge, weißt du, ich hab den Neta-Portal kaputt gemacht, damit er irgendwo anders spawnst. Sorry, das musste sein. Ich wollte es nur ausprobieren. Hallo, du kannst dich doch einfach typen. Komm rein! Ja, bist du wieder im Neta? Ja. Gut. Freut mich. Komm rein! Wieso? Warte, ich komm doch grad rein. Mann, Spargel. Wo bist du? Wieso kann er so schnell rennen? Alter, ich kann nicht sehen. Warte, warte, ich hab noch was. Close Down! Wo ist mein Close Down hin? Was ist denn hier? Alter. Ein Schlag gekillt. Ich auch nicht. Moment, Moment. Hallo Zombie, Pigman, sind wir Freunde? Wir sind Freunde. Alter! Bitte, einfach mal mein Freund. Nein, ich wollte dich nicht in die Lava. Ach, Leute, können ja eh nicht sterben. Fobia, so bist du. Äh, wir müssen immer zusammenbleiben. Nicht, dass wir dann irgendwie sterben und dann keine Ahnung. Alter! Wir müssen hier unsere, eine Base bauen, okay? So, Tobias, wir bauen hier eine Base hin. Ah! Wieso werde ich denn immer abgeschossen mit diesen scheiß Gasen, ey? Oh, das sieht voll süß aus. Oh, das sieht voll süß aus. Okay, beide sind jetzt. Loll. YOLO! YOLO ist weg, Dinger. Nein! Nein! Er ist da runter. Leute, ihr habt zu sehen, wir sind auch runtergespielt. Lebe. Ja, Mama, tschau. Oh, 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 oh! Mio, mio. Seelen-sand. Ganze Seelen-sand. Ich hab mal heilig Herz Schaden gekriegt, nur. Ich auch. Ja, Mama. Mama, wir nehmen gerade auch, bitte. Ja, ich auch. Ja, du auch. Komm, Chip, hör dich mal zu mir. Oh, nee, lieber nicht. Ich bin ein bisschen weit weg vom, ähm, vom Portal, ne? Nein, jetzt wissen wir nicht mal, wo man... Doch, ich weiß es nicht. Wirklich? Wo bist denn du? Hier. Ja, wo? Ich bin hier. Aber du weißt wirklich noch, wo das Portal ist, ne? Ja, ich bin kein Spargel. Freut mich. Ach geil, geht ja noch weiter runter. Ich geh grad zu ner Festung, aber hier ist keine. Oh, Lava. Alle krepieren. Äh, bist du irgendwo bei, wo Lava ist? Komm, die gehen wieder zurück. Ja, aber... Aber du weißt wirklich noch, wo man nach Hause kommt, oder? Ja, ja. Dann das ist nicht cool, wenn wir jetzt irgendwie nicht nach Hause finden. Ja. Denn ich hab leider noch keinen richtigen Spawnpunkt hingesetzt. Wenn wir... Hey, ich hab'n Bett geschlossen, ne? Was? Du hast'n Bett geschlossen, ich hab'n Bett geschlossen. Wenn wir's nicht für, ähm, schaffen, dann trappier' ich einfach so... Was war das? Gas! 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 Aber irgendwas schießt mich ab! Fucking hell! Motherfucker! Ja! 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 Ich kript' dir doch ein! Nein! In der Dimension kann man sich nicht kripten! Dein Ernst! Ja! Ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, oder? Leute, ich kript' hier! Ja! Hoff ich auch! Nein, oder? Ich kript' hier einfach nicht! Danke schön, du bist du! Ich habe ganz viel zu essen. Komm zu mir! Leute, ich hätte in der Aufnahme... Nein, ich war Brände! Okay, ich kapiere nicht. Leute, ihr seht in der Aufnahme, wie ich Licht kapiere in der Lava einfach. Tobias, wo bist du? Ich weiß jetzt nicht mal, wo das zu Hause ist und ich finde dich nicht. Thomas? Ja, warte. Alter, ich kenne dich. Ich schwöre. Leute, ihr seht, ich kapiere nicht. Ich kapiere nicht in der Lava, wie gut meine Rüste erweist. Weil du rüsten nicht kaputt bist. Hahaha. Aber nein, nicht kaputt. Ein bisschen kaputt. Leute, ich komme nicht nach Hause. Ich weiß nicht, wo meinst das Portal ist. Alter, ich bin so am Arsch. Hä? Wo kannst du kapieren? Junge, als ob ich kapiere. Ich habe gerade toll die guten Sachen. Okay. Alter, ich weiß nicht mehr, wie man nach Hause kommt. Wo bist du? Ach, man kann sich also nicht tippen. Ja, vorhin ging das. Weil du in der anderen... Guck mal, ich kann einfach in die Lava gehen. Ich kapiere nicht. Ich auch nicht. Loll, ich auch nicht. Ich habe nur ein halbes Leben abbekommen. Ich bin dann immer noch, Alter. Loll, ich auch. Ah! 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 Ich bin dann nicht. Tobias! Ich bin dann gerade angegriffen. Okay, nein. Eigentlich nicht, aber... Ich bin ja immer noch. Hahaha. Gedischt, Alter. Ich bin die ganze Zeit, Leute. Das ist nicht witzig. Ach, das ist witzig. Verlierst du Leben? Ich lebe immer noch. Ja, ich bin dann nicht. Ah, ich sehe nichts. Warte, warte. Ich setze einfach überall Feuer hin. Und dann sehen wir was. Wieso bin ich los? Ne, bin ich nicht. Au, au, au! Er packt sich selber ab, Leute. Na, Thomas, du auch. Hey, ich bin wohl nicht exkennender, aber ich kann ja schon sagen, ich gucke mir nicht. Ich stelle ja gerade den ganzen Seen dann. Okay, ich weiß doch nicht, wo das total ist. Was? Hä? Alter, du weißt jetzt nicht wirklich, wo das Portal ist, oder? Alter, das ist... Hä, wir bauen einfach ein neues Portal. Warum gibt es die denn dabei? Ähm, ich sag's zwar nicht gerne, aber Game World 1. Nein, nicht Game World Böse. Ja, das ist das Einzige, was wir noch heute machen können. Dann sterben wir. Wenn du sterben, dann bist du zu Hause, dann kipp dir ich nicht. Was? Ja, das geht gar nicht. Hä? Ja, warte. Wir finden das brutal nicht, Alter. Nein. Ja, wieder uns. Im Leben halt in der Hölle, und? Hä? Im Leben halt in der Hölle. Kippieren wir in der Hölle. Alter, nein, halt die Freude. Nein, Alter. Nein, Alter. Wir haben uns kippieren. Alter, jetzt kippieren wir. Alter, nein, ich will nicht hier in der Hölle. Doch, nicht. Alter, nein. Jetzt hör mal ehrlich, Thomas. Wo ist das Zuhause? Hier drin. Alter. Alter, jetzt sag. Weiß ich nicht. Oder ich sterbe einfach. Ja. Dann nimmst du mal. Dann gehst du in die Hölle und ich kippe mich. Ja. Ne, warte, du stirbst. Ich hab wirklich gute Sachen gerade dabei. Ernsthaft. Ja, ich auch. Ich hab nur keine gute Sachen. Ich bin letztes Mal schon gestorben. Weben nicht. Ah, die Fress. Oh, stirb. Oh, Tobias, das macht nicht kill. Nein, Tobias. Stopp. Nein. Oh, hör auf. Nicht killen. Kann ich gar nicht killen. Doch. Mit slash kill. Du kannst es nicht killen. Oder mit slash kill. Hm. Hast du was, wenn du willst? Oh, Tobias, wo ist das Portal? Genau. Ich schwör, ich töte dich. Aber dann nimm ich deine Sachen und ähm. Alter, ich hab übelst viel Platz. Ich kann alle deine Sachen transportieren. Stirb und dann nimm ich deine Sachen. Ich schwöre. Und dann, und dann. Nein. Aber ich. Ich hab 17 Level. Ich kippe. Du kannst dir später wieder ein Game-Mod holen. Nein, ich bin nicht so ein Nacken. Weißt du, mir reicht's. Ich bin nicht so ein Nacken-Mod. Mir reicht's, ernsthaft. Mir reicht's. Ich nehm jetzt Obsedien. Fertig. Oh, du bist ein La... Nein. Ja, nee. Ich will einfach nur nicht hier raus. Sorry, Leute, dass ich jetzt im Game-Mode bin, ne? Aber, ähm. Fabian, schau mal in die Kommentare schreiben. Fabian, das ist ein Cheater. Ey, halt die Fresse. Guck mal. Wir kommen hier nie raus. Ich hab keine Lust. Alter, ich bekomme gleich einen Wutanfall. Du hast gesagt. Wir werden hier drin. Oh, 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 oh. Du schwing' ich dich halt zum Sterben, wenn's sein muss. Nö. Ich überlebe ich länger in der Helle als du. Tschüss. Ich bin jetzt grad in... In dein Ende. Ich bin grad in ein Portal gegangen. Ja, aber jetzt ist danach, der wird zum Bedefekt. Oh, 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 oh. Okay, ich kann nur noch zwei Minuten aufnehmen. Okay, ich bin irgendwo im Nirgendwo. Also komm ich jetzt wieder ins Enderportal. Ja. Oh, Tobias. Bitte töte dich. Ich hab's gemacht, Julia. Nee, ich hab' in der Festung. Alter, du kleiner Bissi. Oh, oh, oh. Ich springe über Lama die ganze Zeit ohne Witz. Du hast gar kein, äh, ne Festung gefunden. Doch, ähm, Leute, ihr könnt's beweisen. Schreibt an die... Ihr könnt dir die Konzentration stellen und du kannst dir die Aufnahme angucken. Wo willst du, wo ist denn die? Alter, Thomas, wenn wir jetzt nicht zurück nach Hause finden... Oh, 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 oh. Ach, guck mal, Leute. Ihr denkt, hier ist nichts hinterher. Doch, eben wohl. Der Scherz. Da, 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 wir. Keine Luten dann. Alter, Thomas, bitte töte dich. Sonst, sonst komm ich nie mehr drauf. Das war aber, ich hab' keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht hier alleine irgendwie, äh, hier leben. Ja, und wir wollen jetzt nach Hause finden. Ja, wann? Wie? Ja, ich muss auch wieder aufnehmen, ne? Ja, in der Hölle halt. Nein, ich hab' keinen Bock, um in der Hölle aufzunehmen. Okay, ähm, Leute, ich würd' sagen, ne, dann wir machen, schaut mal auf nach... Ja, sorry, Leute, dass ich jetzt in Game World 1 gekommen bin, weil wir ja nicht den Ender-Portal finden, weil Thomas ja gesagt hat, ich weiß, wo er ist. Ne, never. Was? Never. Never am Arsch. Ja, dann, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Minecraft-Zocker. Und... Tschau. Vergiss nicht meine Sachen zufällig...